Maite Kelly war bei der Star-Nacht in der ARD von Hans Siegel irritiert. Der Schauspieler erzählte einen Witz, der bei der Generalprobe laut Merkur für betretenes Schweigen sorgte. Siegel sprang nach dem Auftritt von Maite Kelly für ein kurzes Gespräch auf die Bühne und erzählte den Witz. Eine Frau sagt zu ihrem Mann, ich habe das Gefühl, du hörst mir nicht mehr richtig zu. Du hörst mir nicht mehr richtig zu. Darauf der Mann zu ihr, bin ich gar nicht. Die Sängerin reagierte irritiert und machte deutlich, dass sie solche Witze nicht mag. Und auch das Publikum reagierte nicht wie gewünscht, nämlich mit Stillschweigen. In der Live-Show kam es zu einem weiteren Fehler. Siegel kündigte Maites Song, ich brauch einen Mann, fälschlicherweise mit, ich such einen Mann an. Den Witz wiederholte er allerdings nicht mehr. Scheint wohl nicht gerade sein Abend gewesen zu sein. Dies wird der Beliebtheit des Der Bergdoktor-Stars aber bestimmt keinen Abbruch getan haben. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020